Kennt ihr das auch? In der Schule, Uni oder bei der Arbeit wird irgendwas erklärt und ihr versteht einfach nur Bahnhof. Und sofort denkt ihr euch, verdammt, alle anderen haben es auf Anhieb gecheckt und nur ich bin einfach zu dumm dafür. Oder ein Freund, eine Freundin von euch kriegt ein super tolles Jobangebot oder einen Studienplatz. Und wieder denkt ihr euch, das kann doch wohl nicht wahr sein, alle um mich herum sind so erfolgreich und nur ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Gegen solche Selbstzweifel habe ich jetzt drei einfache Tricks für euch. Selbstzweifel zu haben ist eigentlich völlig normal. Wir alle haben sie. Aber wenn sie Überhand nehmen, dann können sie ganz schön lästig werden. Zum Beispiel, weil sie uns entmutigen. Wenn wir zum Beispiel ein Referat halten sollen oder eine Präsentation, dann trauen wir uns unter Umständen nicht mal mehr diese Herausforderung anzunehmen, weil wir von vornherein denken, das schaffen wir eh nicht. Außerdem nehmen sie uns unsere Lebensfreude weg. Wenn wir zum Beispiel nicht mal mehr an den Strand gehen, wo alle unsere Freunde gerade sind, weil wir aufgrund unserer Selbstzweifel denken, dass wir nicht gut genug aussehen, dass wir nicht attraktiv genug sind. Außerdem muss man ja auch bedenken, dass Selbstzweifel nicht konstruktiv sind. Das heißt, sie zeichnen uns meistens wirklich im denkbar schlechtesten Licht ab. Wenn man also seine Selbstzweifel überwinden will, dann muss man gucken, was davon hat Hand und Fuß und was nicht. Und das macht man am besten, indem man eine gewisse Distanz herstellt. Und genau dafür habe ich jetzt drei Techniken für euch. Erstens. Ihr könnt den Gedanken einfach als Gedanken benennen. Das heißt, wenn ihr mal wieder denkt, ich bin so faul. Dann müsst ihr anstelle von ich bin so faul denken, ich habe den Gedanken, dass ich faul bin. Und dann habt ihr eine gewisse Distanz hergestellt und könnt überlegen, ist es denn wirklich so? Trifft es auf alle Situationen zu? Zum Beispiel war ich wirklich noch nie fleißig, habe ich mich nie hingesetzt und mal wirklich gelernt. Habe ich nie, und zwar in allen Bereichen meines Lebens, Einsatz gezeigt oder für etwas gerne Zeit und Kraft aufgewendet. Zweitens, und diesen Technik finde ich noch viel besser, ihr könnt eurer inneren Stimme einen Namen geben. Zum Beispiel Udo. Und Udo steht dann für all eure Selbstzweifel. Wenn Udo also mal wieder denkt, beim Durchblättern einer Zeitschrift, dass wir zu klein und hässlich sind, dann können wir uns ganz genau überlegen, was wir Udo entgegenhalten können. Bin ich wirklich zu klein oder bin ich vielleicht durchschnittlich groß und bilden vielleicht die Zeitschriften auch unrealistische Schönheitsideale ab? Und wenn ich meine Selbstzweifel mit Udo benenne, dann kann ich ihn mir halt auch richtig immer als Gesprächspartner vorstellen. Und dann kann ich mir auch vorstellen, was ich ihm zu entgegnen habe und finde dann heraus, dass Udo oftmals falsch liegt. Drittens, wenn ihr demnächst vor einer großen Aufgabe steht, dann macht euch klar, dass es allen so geht. Dass ihr nicht alleine seid, sondern alle werden von Selbstzweifeln geplagt. Und darüber hinaus ist Leben ein Wachstumsprozess. Das heißt, ihr müsst auch noch gar nicht alles am Anfang und immer gleich perfekt machen, sondern ihr lernt es eben auch. Und je mehr ihr euch in solche Situationen begebt, desto besser werdet ihr darin. Also verzweifelt nicht. Lasst eure Selbstzweifel nicht zu nah an euch rankommen. Betrachtet sie objektiv und traut euch auch was zu. Die anderen kochen schließlich auch nur mit Wasser. Also ich hoffe, dass euch die Tipps gefallen haben und dass sie euch vor allem auch in Zukunft helfen werden. Ansonsten würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr so macht, um eure Selbstzweifel loszuwerden. Dann müsst zum nächsten Mal mit eurem Glücksdetektiv. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gleich hier weiterschauen. Oder noch besser, abonniert doch einfach meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.